wie weit ist der der braucht nur so lange ich überlege gerade was können wir auch hier ist auch schon wieder fertig sehr schön dann haben wir hier wenigstens noch ein bisschen was zu tun werden wir warten oder die nächsten steck raus und sind jetzt schon mal alles vor eigentlich gerade ein bisschen ist wo nicht weil ich noch warte ich eigentlich nur darauf dass wir das die kärle und trieb nehmen können empfiehlt ja nicht mehr so viel es fehlt ja nicht mehr so viel eigentlich könnte man sich die schablonen ja auch schon fertig machen wo waren das hier waren das hier sind die schablonen dafür brauchen wir allerdings denn die blank pattern leere schablone genau und die truhe sollten wir uns eventuell auch noch hier hinstellen haben wir denn noch holz für eine truhe aber nicht gut damit sagen wenn man hier den baum fällen gehen groß genug ist er jetzt so und das reicht noch nicht wir kommen noch nicht mal ran das hier weg und dann lassen machen ach so und eine kiste genau wir wollten hier oben eine kiste haben wo wir mit mehr oder weniger alles verbinden können aber das wird wohl nicht werden die kiste schmeißen wir dann einfach da in die ecke wo ist da jetzt sind einfach nur eine kiste wo wir dann unsere ganzen schablonen drinnen lagern können und so eigentlich bräuchten wir denn dafür ohne ja in gold oder so irgendwie erstmal mehr stein weiß wir könnten unsere ersten schablon oder sie können generell wir haben ja noch blank pattern haben wir ja noch nicht mich recht entsinne können wir damit schon mal wir sowieso warten müssen haben wir vielleicht die möglichkeit ein bisschen schon mal hier hinten unten machen wir später weiter hier oben da haben so viele baustellen jetzt alle nur angefangen hier das ding ist schon das ist eigentlich sowas wirklich fertig ist genauso wie unser feld auch fast fertig ist das ist ja noch ein bisschen was hier haben wir haben wir ihn brauchen tun wir hier noch kommen dann haben wir die dinger hier wir pflücken jetzt hier einfach alles ab machen daraus denn den letzten kompost fertig der drin der drin der drin und dann war da dann haben wir hier nochmal die 13 die 3 und erst bloß noch die frage was bei uns wie gesagt eben hier denn hinzimmern das wissen wir selber auch noch nicht so wirklich die fehler auch ja kommen die fehler die war aus versehen verdient wenn wir so später vielleicht wieder brauchen aber was sollt das ist aber traurig aber sehr traurig na gut würde ich sagen gehen wir erstmal noch mal bänden runde hier fliegen schon die motten rum brauchen wir sicherlich später noch mal aber erst mal Hallo. So, da kann man Bruchstein, Marmor und er sieht... Ja, Ena bleibt natürlich wieder übrig. Dafür könnte das jetzt reichen. Könnten soweit sein, dass wir fertig sind. Schauen wir mal. Ist ja sehr schlecht, dass hier kein Zeppelin runtergekommen ist. So, fünf haben wir noch. Und es reicht immer noch nicht. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ich fasse es einfach nicht. Kann nicht wahr sein. Drei Stück fehlen uns nur. Fehlt uns dafür Sand. Also erleben wir mal. Dann nehmen wir uns den Sand hier mit. Jetzt sind wir mit Erde. Unsere kleine Sandform. So. Das Rad war jetzt nicht beabsichtigt. So. Dann solltet ihr jetzt aber reichen. Dann gehen wir mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020